und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu it takes two ja wir haben irgendwie eine ganz komische ansicht aber wir stehen ja auch unter dem bett ich habe dahin noch gar nicht was das denn disco ich will dahin ich gehe woanders sind schade ich hatte gehofft dass wir das ist das sind ja bei fünf und da ist das bildparadies da will ich rein Äh, Schatz? Was denn? Guck mal da hinten, die Achter. Wo, wo, wo? Hier. Ja, das ist schön, dass du da drauf trittst. Dann geh ich mal da rüber. Ja, das hat sie eben auch schon gesagt, dass du es versuchst. Ich könnte jetzt fies sein, ich könnte jetzt springen, aber... Ich bin aber drüben, tschüss. Äh, du musst wahrscheinlich dadurch so ein Labyrinth durch. Ah, warte mal, nee, ich kann hier drauf drücken. Ah, okay. Okay, warte. Und da muss ich mich dann festhalten daraus? Wahrscheinlich, oder? Geht das runter? Nee, du kannst dich dann da drüber springen. Du kannst aber drüber springen. Du kannst da dran springen, dann drüber springen. Oh, und dann hin und her, oder was? Ja. Nein, wieso? Die soll ja auch springen, Mann. Achso, du bist... Okay, warte mal, ich kann hier den Knopf drücken. Okay, das funktioniert nicht. Warte mal, warte mal, ich kann hier Knöpfe drücken, warte mal. Ist nicht dein Ernst jetzt? Was machen die? Aber die machen das. Ah, das sieht ja unten ganz toll. Warte mal kurz. Das sieht ja unten total geil aus. Das soll ich ja jetzt erst. Liebe, all dich. Nein! Ja, ja. Ja, dann sag mir doch, dass das da runter geht. Ja, das wusste ich doch nicht. Oh, okay. Warte, warte. Ja, ja, ich sehe, wenn du springst. Jetzt? Ja. Okay. Nein. Jetzt? Okay. Ah! Oh, scheiße. Moment, vier ist jetzt, glaube ich, nicht so gut, wenn ich da draufstehen bleibe. Warte, 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 warte mal, geh noch mal auf, das war das nicht, eine Druckplatte da, das ist eine Ding. Ach so, echt? Für mich, ja, ja, warte mal, ich muss auch. Ja, ich dachte, die geht gleich weg, wenn ich da draufstehen bleibe. Ich bin sechs, ach, das ist ein Golfplatz, so. Das ist, wora, guck mal eben bei mir. Da, da oben ist der, der, der König, äh, König Esel, wollte ich mal schon sagen. Ne, den Elefant sollen wir doch kriegen. Hier ist ein Mauseloch. Ah, das ist mal, geh mal vor. Ich will aber nicht da durch. Äh, ii, hier ist eine alte Habermäste. Ach du Scheiße. Äh, warte mal. Oh. Warte mal, kann man hier irgendwas mit denen machen? Ich glaube, wir müssen einfach da drüber, ne? Ja, einfach, spring mal vor. Oh, ich rutsche die ab. Hallo? Ich wollte es wie bei Fallgeist machen, ich wollte dann direkt, äh... Nein, ich bin im Bälle-Paradies, aua. Du auch? Aber ich sterbe. No fun ist das. Oh Gott, wo müssen wir denn da hin? Ach du Scheiße. Eins, zwei. Ah, okay. Oh. Nein. Och, komm. Wieso ist die denn nicht mit dem Schub jetzt da drüber? Nein, nein, nein. Ich war doch dran. Och. Mein Gott. Ach, ich bin da, wo du bist, okay? Nein, oh Mann, nicht. Nein. Wieso landet die nicht auf dem Gelben, sag mal? Hallo? Wieso springt die nicht mehr? Nimmt die A nicht mehr an, oder was? Ja. Hier kann sie es noch. Aber sobald ich dann da drüber springe, springt sie total für den Arsch in. Ich muss das bessere Timing haben. Na, komm schon, ey. Ach, ich bin da. Ich kann die Kuh... Warte mal, ich kann eine Kuh holen. Eine Maus? Oder eine... Ein Schwein? Nein. Ey, ich verstehe es nicht. Wieso springt die am Ende nur noch mit halber Höhe? Es dauert zwei Minuten. Just me and you. Nein, spring! Ey! Da oben ist ein Puzzle. Nein, nein, das ist das Schwein. Ja, und wie kommst du jetzt... Ja, das ist toll. Aber wie kommst du jetzt da oben... Und das ist das da. Uh! Ah, ich verstehe. Ja, ich verstehe es. Geh mal da durch. Ich muss erst, ne? Ja, und dann springe ich. Ja, das würdest du glatt tun. Ich bin drüben. Ja, toll, aber ich kann nicht durch. Danke dafür. Mach den Hund, mach den Hund! Ich hab keinen Hund. Äh, da kommen lauter andere. Was waren dann noch? Was waren dann noch? Ja, da war noch was anderes. Warte mal. Ich bin auch die Bahn gewechselt. Warte mal, ich geh nochmal rüber. Also Bär... Aua, du geh da rüber. Bärpferd und Maus. Bärpferd und Maus habe ich hier. Bärpferd und Maus. Maus, Maus, Verschnecke. Äh, Löwe, äh, fährt, 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 fährt. Äh, 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 schaf oder Maus? Maus, Maus. Bin ich drauf? Oh. Äh, kuh, kuh, äh, kuh? Schwein. Nein, Schwein, ja. Ähm, 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 ähm... Ach, du siehst es ja, ja. Äh, ich bin da. Ach so, ich kann dich jetzt auch leiten. Äh, ähm, frosch, frosch. Also, Löwe, Schaf, Hund. Äh, Hund? Löwe? Schaf? Mäh. Äh, frosch? Nein, frosch, frosch! Na, nein, warum sagst du denn so, er ist Löwe oder irgendwas anderes? Ich habe gar nichts gesagt. Ich habe äh, gesagt, dankeschön. Du bist einfach tot. Ja. Nein! Hä? Ich springe rechts. Nee, das habe ich eben auch gehabt. Das war eben bei mir auch. Ich springe rechts drauf und die geht nach links. Nee, das habe ich eben auch. Hallo. Ich will aber nach rechts. Äh, jetzt habe ich es vergessen, warte mal. Äh, Hund? Löwe? Äh, Schaf? Frosch? Äh, Löwe? Boah. Bin da. Ich habe nur die Kuh. Nein, du bist aber woanders. Ach so, ich muss da rüber. Äh, ja, ich komme zu dir. Hi. Hi. Ich habe auch die Kuh. Oh je. Sag mal nicht, wir müssen da hoch. Ja, wir müssen da hoch. Aber wir können hier unten auch noch irgendwas machen. Warte mal. Oh, ah, komm mal hier rüber, komm mal hier rüber. Füttere das Reptil. Ich will nicht diese Minispiele machen. Also, nimm den Ball werfen. Ja, mir ist es auch egal, wer jetzt gewinnt oder nicht gewinnt. Ganz ehrlich. Nur. Hallo, welchen Ball? Ach so, die Bälle. Oh. Hallo. Nein. Hallo. Ich kann nicht mehr nehmen. Wie kann ich denn an... Ach so, ich kann den ja auch steuern. Aha, sag das doch. Ey, ich habe gar nicht mehr geworfen. Sauerei. Genau, du bist nur... Wieso bewegt die sich jetzt schon wieder selbstständig? Ey, irgendwas ist hier mit dem Controller nicht in Ordnung. Keine Ahnung. Also, das ist der gleiche Mist, den ich mit dem alten auch hatte. Das liegt an der Person, die den benutzt. Ja, wenn ich nichts anfasse, dann bewegt er sich von selber. Aber es liegt an der Person, die ihn benutzt. Genau. Huh, sag doch das mal hier. Mann, warum geht das nicht? Ich sehe hier gar nichts. Boah, das ist das Ätzend. Du siehst hier rein gar nichts, wenn du da hoch springst. Ach komm, ey. Nein. Hä? Okay. Nein. Nein. Ach, ich... Oh, ich wäre fast da runtergefallen. Guten Tag. Worum hängst du da so? Weil ich hängen kann. Äh. Oh nein, wir sind im Klassenzimmer. Ach du Scheiße. 16, 16. Ja, 6. Geh auf die 6. Ja, was ist das? Ach so, nee. Hä? Moment. Wir müssen... Ach so. Aua. Wir sollen links die Zahlen schreiben, oder wie? Ja, wir sollen links die Zahlen schreiben. Äh, komm. Ja, ich bin auf 8. Geh weiter. Ja, ich bin auf 6. Hä? Kannst du nicht mal rechnen. 15 minus 8. Ach, nee. Das steht doch plus. Das steht plus. Ihr bleibt, bleib auf die 5. 5, 5, 5. Nee, bei mir steht 5, 4. Ja, wir machen die Linken immer noch. Ähm, geh auf die 6. Auf die 6. Du hast es immer nicht verstanden, ne? Das Ergebnis ist fix. Äh, geh auf die 5. 5, 5, 5, 5, 5. Ich verstehe nicht, was du... Dann mach einfach, was ich sage. Nein. Oh. Ja. Äh, was ist ein 7? Hä? Ja, du musst erst mal aufmachen. Ja, aber... Was hat das mit 7? Ach so. Hallo. Warte, lass mich dann aber bei dir auch mal gucken, was du da... Nein, das ist die hier. Lass es nicht... Du kannst nicht wahllos was machen. So, das war... Hier ist Erdbeeren. Ja, danke. Jetzt hast du es versaut. Oh. Nein, die ist unten liegen. Nein, die ist... Ja, die ist... Oh, hör auf. Hör auf. Mann. Nein, ich höre nicht aus. Ja, du kriegst es ja anscheinend nicht mit, was ich aufgedeckt habe. Ja, aber du musst... Los, mal. Mal nach Zahlen. Wo ist denn die 1? Wo sind wir denn hier? Nein, auf die 2. Ach, das ist die 1. Okay. Die kann überhaupt nicht zeichnen, ey. Ja, wie gesagt, ich habe nach der 1 gefragt und du wusstest nicht, wo sie ist. Ja, die 1 war das schon. Wo muss ich das eigentlich bewegen? Ey, was machst du? Wir müssen nach oben auf die 7. Ich habe nichts gemacht. Ja, dann mach einfach gar nichts. Lass mich das einfach machen. Nein, wir machen das zusammen. Ich will das einfach machen. Nein, lass los. Du kriegst es ja nicht hin, da zu der 4 zu gehen. Wehe, du gehst jetzt wieder von der 7. weg. Nein, lass es. Was machst du denn da? Mann, links rum. Ey, du machst nur Schalt. Nach oben. Lass los. Auf die 10. Ja, dann lass es los. Jetzt haben wir es nicht getroffen. Doch. Boah, ich komme da aber nicht hin. Du bist immer gegen mich am Drücken hier. Nein, ich bin überhaupt nicht gegen dich am Drücken. Ich bin genau in die Richtung. Ich weiß nicht, was du machst. Ey, jetzt blockiere das nicht ständig. Du musst zu 18 hoch. Sag mal. Ja, wir waren zu 18 in die Richtung. Ja, aber warum drückst du mal dagegen? Mach es alleine. Mach es alleine. Es geht nämlich nicht alleine. Viel Spaß. Hä? Was ist das denn? Du kannst nur die Linie machen. Ich kann nur runter und hoch gehen. Das ist zusammen. Ja, aber du hast immer gegen mich gedrückt. Nein, habe ich nicht. Kann ich nicht. Du kannst nur nach rechts und links. Geh du mal da ran. Mann, du kannst nur nach rechts und links. Ich kann auch nur unten hingehen. Und ich kann nur so machen. So. Okay. Jetzt ist die Zeit. Kann man das hier resetten? Ich gehe da hinten drüber. Aua, der hat hier ab. Fickt dich wie hoch. Aber dann setzt er es nicht zurück. Wenn man bei der Geschmack ist. Das ist das zurück. Ah, ja, ja, ja. Okay. Pass auf. Warte, ich gehe ein Stück, dann gehst du. Dann gehe ich wieder ein Stück, dann gehst du. Das ist zwar ein komisches Malnachtzahlen, aber egal, dann nach oben. Warte, nach oben. Nee, du musst es runter. Ja, du musst runter. Warte, nach unten. Ja. Jetzt so nach oben. Jetzt runter. Sache ist jetzt ein komisches Malnachtzahlen, so wie das aussieht. Aber, warte, nach oben, nach oben. Geh ein bisschen nach oben. Sonst kommen wir da unten nämlich dran. Geh runter. Hä? Das war doch die 12. War die Zeit abgelaufen schon? Nee, ne? Haben wir nur eine gewisse Zeit dafür? Ich weiß es nicht. Ja, ja. Wie machst du das? Runter, 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 runter? Ja, aber du gehst nicht rüber. Warum kannst du dabei rübergehen? Runter, 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 runter. Du musst doch runter. Ja, ich gehe ja runter. Hoch, 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 hoch. Hoch, hoch. Nicht auf die 11. Hoch, hoch. Jetzt gehe doch runter. Mach doch. Ich gehe doch runter. Runter, 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 runter. Du hast echt was anderes gekümmt. Weiter, 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 weiter. Jetzt mach. Ja, ich mach ja. Ich mach. Ja, du musst schon ein Stück runter gehen, weil wir treffen die Zahlen so nicht. Hallo. Ich gehe ganz langer rum. Weiter, 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 weiter. Ja, du hast die Zahl nicht getroffen. komm schon doch bei der 18 wir haben keine zeit muss das schneller machen ja du musst es schneller machen du machst es ja nicht du gehst nicht nach oben hallo ich gehe die ganze zeit nach oben jetzt weiter 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 runter runter nach oben weiter 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 muss schon ein bisschen schneller machen sonst geht es nicht schneller verstehst du es nicht ich mache genauso schnell wie du du machst ja auch nicht schnell ich bin die ganze zeit nur in die richtung am drücken aber passiert nichts weil du dich nicht bewegt ja ich mache auch die richtung man oben 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 runter 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 weiter kommen bleibt nicht immer stehen mach weiter ich verstehe ich bleibe nicht stehen dann geh endlich weiter er mache ich die ganze zeit sind so langsam und du machst schon wieder nichts ich bin nur nach rechts am drücken und du bist ich mache die ganze zeit nach oben nach links oder links muss ich war toll weiter runter runter das schaffen wir jetzt noch mal oben kommen 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 ja ich mache weiter 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 konzentriere dich immer schneller nach oben kommen kommen weiter nach unten 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 haben wir hier machen so runter runter mach mach ja du brauchst unheimlich lange bis du den strich jetzt mal gezeichnet hast das war bei dir genauso nein ich drücke die ganze zeit nach rechts oder links ich drücke nichts anderes aber du machst nichts nach oben oder unten das ist das problem ich habe auch nichts anderes gemacht es war absicht so dass das so langsam ist müssen wir das ding jetzt von hier steuern was war das musst du da unten ne drücken musst du nichts oder du kannst jeden was machen ach hier ja aber was hat das mit der maus zu tun ja du musst du musst das ding hier du musst den käse komm mal her komm mal hier mensch musst du ja wo bist du denn raus bringen ja hier hinten ja wie soll ich den raus bringen wenn er keinen eingang ach so da ist hinten jetzt komm hermann mach mal die augen auf ich steh neben dir ja dann drück geht das runter ach so durchs laufen okay achtung ich hasse diese dinge vor allen dingen wenn du das nicht so richtig timen kannst ach so es ist schon gestartet ja ich bin ganz unten das geht nicht weiter du kommst nicht rüber das gleiche loch natürlich komme ich rüber und da runter bei mir geht das so gar nicht so richtig also schwer ist wahrscheinlich ja du musst aber nicht zu viel machen noch ein bisschen noch ein bisschen noch ein bisschen geht es ist drüben jetzt müssen wir den nächsten machen hier ich habe diese dinge ich glaube dieses spiel kann die besten eben so warte mal müssen wir jetzt nicht hier doch wir müssen einmal beide drücken oder vorher auch wenn ich kann ich weiß warum aber egal wegen der ansicht wahrscheinlich nur rund rüber 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 ich stehe schon ganz außen so warte mal das wird jetzt scheiße was auch nein 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 du geholt sitzt das käse an dem warte mal nee wir müssen ja ich hole gar nichts wir müssen das ding da drin haben hallo verstehst es nicht wir müssen das jetzt darüber kriegen kommen erst mal das machen dann können wir erstmal darüber holen eigentlich warum kommst du nicht mit rund haben warum soll ich mit runter wenn das nur nach rechts machen müssen nee es geht aber nicht nur nach rechts wenn du auf der falschen seite stehst ich stehe auf der richtigen gesteht immer noch auf der anderen jetzt ist gleich im loch es ist nicht merkt dass du kein gleichgewicht man merkt dass du einen grund suchst hier wieder alles schlecht zu reden du bist du bist das immer nach oben ab das verstehe weil du zu weit oben bist ja aber du stehst an einer völlig anderen stelle das ist ja schon mal scheiße hoch 4 und ich will das ausgleichen dass du da komplett woanders stehst weil sonst krasselt ihr das so schnell ins loch rein warte mal nee nee wir können aber direkt nach rechts gehen dann kommt das hier runter nein es kommt nicht es geht da hoch ja wenn du da stehst ist klar dass es da hoch geht stand hier unten an der ecke ich wollte es ja nun mal beweisen was du die ganze zeit da gemacht hast du bist schwerer als ich das ist das problem ja das merke ich ja jedes mal hier dass der mich nicht so gut annimmt bei diesen dingern hier hatte ich ja eben die zweimal auch schon so was aber trotzdem mitkommen das problem war dich auszugleichen weil du standst noch da oben die kommen jetzt wieder da ist es jetzt da hochgegangen nein du musst einmal den button drücken doch wahrscheinlich schon siehst du ist nämlich hochgegangen jetzt geht's hoch ja wie ich gesagt ist hochgegangen es liegt da drauf so warte mal es geht das kriegt die aber nicht warte mal ach so braucht die gar nicht oder was ich warte mal nächsten abschnitt das bälle paradies sag mir bitte nicht dass wenn man drauf springt das nächste hoch geht oder sowas doch es ist so ja geil wieso geht das jetzt runter wenn du weg springt ja geil ich werde nach vorne geschoben oder was nein ich werde nicht nach ok ich werde nach hinten gezogen ich sehe schon ach so man kann überhaupt nicht verweilen man muss sofort weiter springen ja wie gesagt und du wirst nach hinten gezogen mit dem ja dann machst du erstmal weil es machen zu zweit macht es keinen sinn ja ist ok dann sterb du mal hey hallo wieso gehe ich denn immer kaputt wenn ich auf der 3 stehe das wird überhaupt nichts ja sag ich ja ich gehe mal kaputt wenn ich auf der 3 stehe was jetzt ach ok nein ich komme nicht mehr hin ach leck mich ähm ok muss das so sein oder ne die gehen dann zurück also meins bleibt noch stehen da fällst du nicht runter aber da hinten ist nix ne wir müssen wahrscheinlich erst was anderes machen oder also ich bin hier oben drauf ihr könnt nicht mit dem haken rüber warte mal stimmt da ist ein haken ach da ist noch eins ok mach ich ihn ach komm ey man diese scheiß ja das kann man festsetzen da oben das grüne ja denke ich mal dass man also dass wir jeder muss einer unten halten und der andere muss oben das wahrscheinlich festmachen die seite ne nehm ich an weiß ich jetzt nicht oder auch nicht ne damit äh es geht wieder zurück was ist das denn was macht der überhaupt warte mal warte mal ich müsste dann auf die andere seite kommen damit wir gleichzeitig das wir müssen das ding unten erstmal festsetzen aber wie ja geh doch mal bitte jetzt ach so warte mal oder ist das doch ein zeitspiel hör mir doch mal zu oder ist das doch ein zeitspiel dass wir beide theoretisch versuchen müssen gleichzeitig da hoch zu kommen weil wie gesagt wir müssen beide oben sein an diesen schaltern ja gut ach so scheiße jetzt will ich natürlich oben bleiben können ja ja muss oben bleiben egal ich weiß zwar nicht wie du da jetzt hoch gekommen bist das ist gerade mein problem ja ne ich komme da nicht hoch nein keine ahnung wie du da hoch gekommen bist ja auf der seite bin ich gar nicht hoch gekommen ich bin doch nur die grüne seite gegangen ich guck mal eben bei dir ach so bist du da hoch ach ja doch ist irgendwie logisch nein ja lauf man nein willst du mich jetzt verarschen wieso springt sie nach rechts statt da drauf zu spüren ach so das ist noch nicht weg wieso springt sie nach rechts statt da drauf zu springen das sah aber geil aus jetzt hat sie es richtig gemacht okay so hast du auch gemacht? ja ja unten oh je was steht da? pull my finger genau als ob ich da drauf reinfallen würde okay damit kannst du scheinbar springen ja du kannst springen dann wenn du da drauf stehst ja dann musstest du aber warte mal wir müssen erstmal zu spüren sie als erstes springen dann da als zweites und dann kommst du wahrscheinlich da oben hin aber wo kommst du dann hin? ne warte mal du musst da rüber ach da rüber müssen wir wir müssen auf die andere seite ja aber wie kannst du nur mit dem ding da oben da auf die andere seite ich kann dir das sagen weil wenn du da oben bist und springst dann auf das luftding dann fliegst du weiter rüber das kannst du dann machen warte mach mal mach mal das bitte aber dann spring direkt zum anderen ne achso du kommst direkt dahin naja warte mal warte mal ne ich dachte ich müsste jetzt auf das ding drauf springen ne du sollst es du sollst dich jetzt auf den da hinten stellen stell dich da drauf bist du jetzt endlich soweit ne was willst du jetzt machen ja ich will das aufblasen damit du rüber kannst ja aber ich bist du jetzt endlich soweit dass du da drauf springen kannst ja das wollte ich nicht aber mach mal mach mal das wird nicht funktionieren ja nicht wenn du daneben springst das ist richtig nein ich hab gesagt du stellst dich hier hin und ich spring von da oben auf den zweiten damit das mehr Power hat verstehst du ne das ist doch Blödsinn oder ne mach lass uns das mal machen mach mich nur mal irgendwie hoch ja du musst da erstmal drauf treffen du hast es ja noch nicht geschafft da drauf zu treffen ach ja komm ey mach nochmal so pass auf hä man kann doch man kann hier gar nicht rüber nein du sollst da drauf gehen geh mal bitte auf das ding drauf hier drauf ja was bringt mir das dann wird das aufgeplustert toll dann kann ich trotzdem nichts machen warte bist du drauf warte mal ach da war was mit RB gerade ok ja da ist ein Haken der dreht sich ach ja jetzt sehe ich den auch hä wieso hat der sich eben nicht gedreht als ich geguckt habe also so geht das man muss es also ok ok warte tue warte bittu rauf ach so der dreht sich erst wenn äh, verstehe ja kannst machen dreht sich erst wenn du auf das ding drückst deswegen habe ich es nicht gesehen ach ja komm ey die verarschen oder was zumal so geht es nicht oder doch das geht aber ja aber du hättest das ding noch getroffen ich habe einen doppelsprung gehabt und bin nicht reingekommen also brauchst du doch mehr power also nichts doch daran aber ich scheinbar ja nicht so das ist total schalte oder es hat was damit zu tun dass du da dran hängen es erst mal dass du denn du lässt es ja erst runter glaube ich nach toll ja wie willst du das machen mach du es mal bitte geh du mal bitte probier mal ob ich es mache komm du mal ja auf das ding der geht runter aber der verändert sich glaube ich nicht von der größe her so hatte ich gehe mal rüber ja das blödsinn ja das gleiche problem ja ich bin dran aber da komme ich nicht hin oder doch er dreht sich doch ach so und hier kann ich auch pusten warte mal aber was ja das andere was war das acht dann geht das ja dann muss ich so auf gott da muss ich das trotzdem machen ja aber dann dreh ich muss das andere mal probieren was das andere macht es hat doch bestimmt auch nur bewandt das macht den grünen dann wahrscheinlich ja aber ja aber das teil dreht sich nicht das steht jetzt auf der falsche rote ich mach mal warte mach mal den anderen jetzt drehen so jetzt ist das jetzt macht den 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 richtigen halt da warte jetzt damit kunst ja jetzt jetzt genau und ja nein oh wieso geht jetzt der wasserfall der bälle paradies wasserfall hier ist eine rutsche ich will die rutsche wo ich kann hier schwimmen ich will die rutsche mal was war das denn wow kommt da jetzt ein affe in dem ding das möchte ich gerne mal austesten warte mal okay das ist gleiche also keine ahnung was das jetzt mit dem mit dem ding ist hier oh ich habe preis gewonnen okay du darfst nicht mehr ich gebe ich bin mal dran geh weg ich glaube ich habe es kaputt gemacht das ist jetzt kaputt gemacht den habe ich schon das ist dann hast du schon gemacht oder was ja aber nur müssen wir hier irgendwie rüber irgendwas war das denn jetzt das war das ding hier was wieder angegangen ist jetzt kannst du wieder ich habe drei times ach so ja aber das hat springe nur nicht so springen oder deswegen hat das bei mir auch mit dem äh das war wohl nichts ja aber was soll ich da ach so ja da musst du erstmal warten denke ich mal weil du bist ja jetzt gerade dazwischen oder können wir das mit dem hund vielleicht wieder zurück ach hier können wir was drehen was passiert denn hier ok irgendwas ist da oben da bin ich mir noch nicht so sicher irgendwas hört sich hier mächtig komisch an ah jetzt sind die bälle weg wir müssen uns beeilen ich denke mal es ist auch wieder auf zeit glaube ich jetzt nicht unbedingt boah ich kann nur links und rechts machen ach so ich muss drehen doch links und rechts irgendwie ganz gut was soll man denn machen aber ich kann irgendwie nach oben und nach unten aber ich weiß noch nicht was wir malen sollen das hat sie irgendwie gesagt oder nee aber wir können es nicht merke ich gerade keine ahnung ist aber ein schönes bild irgendwie also wo gehst du hin ich dachte du machst wenigstens irgendwie ein auto das ist sowas ja ist doch ein einzigartig gemalter lastwagen oder so ich glaube ich möchte nicht mehr ich eigentlich auch nicht dann gehe ich da raus und gehe einfach weiter war das jetzt wichtig irgendwie juhu ich bin der frosch aber der frosch will mich nicht warte warte bleib mal im frosch den kann man doch bestimmt schließen ne der kann man drücken ach ne ne ach das ist fangen den frosch oder dieses was ist das was ist das ein bauernhof komm her komm her fütter das schwein und jetzt jetzt ist es fett und liegt auf dem rücken oh ups du musst mitspielen hier la 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 ich kann das so raus und rein ziehen aber oh gott was ist das denn das ist wieder scheiße ja ich weiß aber trotzdem sollten wir es mal machen warte mal jetzt losliegens ach das gilt nicht oder was Das ist aber irgendwie dämlich gemacht. Es kommt zu langsam. Bei dir kommt das immer so schnell. Ja, aber auch nur, weil ich keine Ahnung hatte, wann ich jetzt genau treffen musste. Aber am Ende war es dann gut. Da war ich ein bisschen eingespielt, da kommen die Punkte quasi wie von selbst. Was ist das denn hier? Die Schatztruhe. Oder auch nicht. Ach, das sind die Wheelspinner, ja, ja. Besser nicht. Ah! Oha. Oha. Ich ahne Böses. Kann man damit fliegen oder zumindest ein bisschen in der Luft? Okay, also man kann nicht fliegen, man kann nur gleiten. Müssen wir da hinten hin? Warte mal. Okay, das war nicht so gut. Ach, da drüben. Ich weiß nicht, wir müssen. Ich weiß nicht, wir müssen. Rechts ist auch noch so ein Ding. Also hier muss ich was drehen. Damit der Wasserfall weg ist. Okay, ich habe meins gemacht. Das rote müssen wir noch machen. Wo ist das? Ey, boah, ich dachte, da kann ich drauf stehen bleiben. Mach doch mal das rote. Ach, du kannst mich mal. Links. Links. Jetzt komme ich hier endlich hin. Okay. Ich bleib erstmal, hallo? Ich bleib erstmal bei dem hier. Ja, du sollst das erst mal machen. Ich weiß aber nicht, ob wir die gleichzeitig machen müssen. Nee, 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 meins ist fertig. Du musst beinzumachen. Ja, und wo ist jetzt das, was du meinst? Ja, das gelbe habe ich ja hier gemacht, wo ich jetzt stehe. Hat es jetzt aber nichts getan, oder? Doch, jetzt hört es auf, pass auf. Gleich hört es auf. Ich sehe es schon. Ja, ja, vor allen Dingen, weil das genau gleich jetzt im Moment ist. Aber warte mal, da ist noch ein Lila an ist, oder? Dahinter? Nee. Ja, warte mal, da machen wir es nochmal zugleich. Warte mal. Warte mal. Ich kann es nicht mehr machen. Ich kann es nicht mehr machen. Ich kann es auch nicht mehr. Oder, aber das kann nicht sein, weil das jetzt wenig ist. Ist das wenig? Ich weiß nicht. Willst du dich nochmal drücken? Äh, ich bin tot. Rechts unten. Ich kann mal, links ist noch eins, links. Na, hatte ich jetzt doch nichts gesehen. Aber das hat sie eben noch nicht gedreht, ne? Ich meine, du warst nur unter einer Ecke. Ach, komm, ey. Willst du mich verarschen, ey. Ich weiß nicht, ob ich da hinkomme, wenn ich da... Weil du kannst da besser auf das Leben drauf zielen. Ach, man darf außen auch nicht drankommen. Ach, Mann, ey. Ach, komm, ey. Nein! Nicht, 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 nicht! Was macht der denn hier? Wieso macht der weiter? Ja, es wird weniger, es wird weniger. Und es wird auf. Ach, da kannst du mit springen. Scheiße. Oh, oh, das war, glaube ich, keine so gute Idee. Hm? Ach, das ist kaputt? Da ist, äh... Warte mal, da kommst du mal höher mit. Okay, hier hüpfe ich jetzt, äh... Ach, du Scheiße, endlos lange? Oh, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Ähm... Du darfst da hinten nicht stehen bleiben. Nein, komm, ich dachte, ich wäre in der Mitte. Nein, 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 ooooh! Nein, ich bin hängen geblieben. Scheiße, ich bin gestorben. Fuck, ich sehe nichts. Nein. Nein! Oh, Gott. Ach, man kann nicht mehr, wenn man einmal getroffen wird von dem Dings. Oh, Scheiße. Hier kann ja auch laufen, okay. Ach so, ich kann sogar... Ah, okay. Nein! Och, Scheiße, willst du mich verarschen? Ja, sie springen wieder nicht. Ey, ich bin über dem Gelben. Wieso funktioniert das nicht? Nein! Warum... Äh? Hm, okay. Ja, frag nicht. Du kannst aber drüber springen mit Anlauf. Das geht ja. Das war irgendwie ein bisschen... ...komisch. Der aber wieder. Oh, nein! Oh, hier wir gehen wieder. Mein Plan ist, dass wir arbeiten. Du möchtest uns jetzt mehr. Aber es gibt mehr Dinge, die zu lernen. Und neue Herausforderungen, die zu überkommen. Let's keep on going! We got a relationship to fix! Woohoo! Ah! Ah! Help! Where am I? Aua! Also... Ganz ehrlich. Wenn dir nicht vorher schlecht war, dann ist dir jetzt gleich schlecht. Mir offensichtlich nicht. Was ich eigentlich sagen wollte, der scheint überhaupt gar keine Menschenkenntnis zu haben, weil du gehst mir jetzt richtig auf die Eier, nachdem wir die Gläffel gemacht haben. Wir kommen uns überhaupt nicht näher. Nee, das wollen die auch gerade sagen. Komm, du hast einfach nur mit eingestimmt. Du hattest selber keine Idee. Nein, ich würde aber trotzdem sagen, da wir schon wahnsinnig lange jetzt am letzten Level gehangen haben, dass wir hier einen kleinen Cut machen und uns dann in die absolute Perversion der Optik in der nächsten Folge stürzen werden. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Ich hab jetzt schon Flimmern. Bis dann, ciao.